Also bei Synchro ist es gewöhnlich so, dass jemand nachfragt und meint, er hätte die richtige Figur für die richtige Rolle. Das hat man auch gemacht. Dann kriegt man so eine DVD und schaut sich den Film an und fragt sich, dann kannst du das oder willst du das oder passt das zu dir? Und ja, es passt ganz peinlich gut, weil das ist ihm auch so ein alter Typ, der wird von einer Frau terrorisiert, seiner Ehefrau und der erlebt so ein bisschen seine Jugend zurück, weil er selber auch mal da in der Musik drin war und jetzt sein Sohn und so weiter. Viel darf man ja beim Inhalt nicht verraten, sonst braucht man ja gar nicht mehr ins Kino zu gehen.